dann suchen wir doch mal den tempel der gebete auf sonst noch was will hier noch einer hier die wollen ja noch ein paar sachen hier hier habe ich das 700 für bitte danke kennt ihr ja hier hatte ich die schon weiß ich nicht besorgung nachher davon habe ich wie die die hier rumlaufen sind alle gleich aus so war nur 19 habe ich nur noch nicht ob ich die heimtückische auch noch brauche ja dann habe ich gut raus ich träge ein wenig wieder irgendwas will ich die ganze zeit ob ich noch ein katana mitnehmen soll war ja ein später ja theoretisch gemeistert wenn ich nur theoretisch praktisch der super falsche knipp hier für dich jetzt zeit für was neues nein das argo ausweichen 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 in letzter zeit glaube ich genug gespräche aber wir haben noch viel zu tun wir haben noch die ganzen dungeons nach der haupt story stufe 50 noch ein akko wenn ich mal wieder alle an und noch ein gebiet 233 aufgaben haben wir doch noch drin hier wird unser bestes aber nicht das hier die gataner aber unseren letzten ausflüge Dann aber ziehen wir los! Ehrlich? Glaube ich! Weiß nie! Komm schon! woihihikantana kann sie nun kann sein aber dass er es auf plus neun bringen muss nur eine von denen waffen Da musste ich auch erst auf Plusnod Ich weiß noch, wo ein besserer Schmied ist. Ich werde da gleich mal hingehen. Ja, davon habe ich noch reichlich. Ich muss ja diesmal immer ein bisschen schmieden. Wir bringen hier. Es ist ein bisschen teuer so ein Fehlschlag. Ich gehe nicht. Was ist denn das eigentlich? Den Schalentisch. Ja, geht doch. Gitter Sehme. Alles klar. Geht habe ich eigentlich noch. Ja, ein bisschen habe ich noch. Ich gehe mir doch noch auf 15. 15. Ja, immerhin. Guck mal. Ja. Wir sehen uns wieder. Irgendwann. gut. Jetzt haben wir einen Katana. Wir haben etwas Neues dabei. Eine neue Leiste für einen. Das habe ich schon mal gelernt. Das habe ich schon mal gelernt. Dann haben wir hier natürlich noch. Ja. So, erstmal alles rein, was geht. Tempo meist. Eher anstrengen. Ja, was geht's haben wir noch. P gewinnen. Das war's. Haben wir noch. Das war's. Das war's. fast wieder komplett auf. Steigungsrate des Combo-Werts. Angriff. Abwehr wird erhöht. Tana. Da war ja noch ein bisschen was vor uns hier. Tana Beherrschung. Wir wollen nicht mal Einhandschwert beherrschen. Einhandschwert fehlt noch ein bisschen. Weil die Himmelsklingen sind fertig. Ach, egal. Genug Zeit vom Plimpern. Wo ist der Tempel? Ach, im Herzen dieser Festung befindet sich der Tempel der Gebet. Ist das neue Gebiet? Ach. Ich dachte, das wäre vielleicht hier. Was ist hier? Wüste? Warte mal kurz bei den. Mit der war so weiter. Dafür. Haben wir hier auch ein Spiel. Boah. Aber nicht so groß ist. Mh. 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 Mal gucken wir nicht dabei haben. Überhaupt jemand dabei. Ah, wie schon. 5. 3. Aber ein bisschen. Ich muss noch für den Erfolg 100 Leute auf hier oder auf 5 bringen. mal den Platiner von hier. Mh. Dauert aber noch. Okay. Hoffen wir hier kommt. Ich denke mal hier kommt er unten. Passt ja noch eins hin. Egal. Aber wir haben ja noch genug. Erstmal müssen wir mal 50 werden. Dann können wir noch die Dungeons durchrennen, die da alle sind. Und wir müssen mal gucken, ob manche Bosse wieder gespawnt. Bosse respawnen wohl. Dann kann man die nochmal umhauen. Ah, die Gegner kenne ich. Ich glaube neue Gegner wird es wohl nicht mehr geben. Großartig. Sehr stark gefällt mir gut. Das Level. Okay. Jetzt wir uns mal rein ins Abenteuer. Neues Gebiet. Wow, 36. Was für den Katana bin ich nicht mehr. Gleichne. Üben. Ja. Stirb. Bevor ich mich mit was starkem anleg, soll ich auf jeden Fall wieder meine Doppelstelle nehmen. Und dann nehmen wir es mal hier längs. Nehmen wir es mal hier längs. Zucker. Create. Hebe. Hezil. Heрав. He. 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 I vida. He. 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 hey den auch gerade abgeschoben na ach ach schon das siegel der truhe ist gebrochen ich hab mir nicht mal die truhe gefunden bisher talisman neuer ganz ruhig brauner wenn man mit dem katana nicht so gut jetzt wird hier ist level 61 zu 60ern haben wir ja so unsere schwierigkeiten reden schon wieder was ist gut nicht alles einmal frei funktioniert ja muss wieder ein bisschen was umhauen den punkte sondern nach aber nicht mehr daneben katana schon 46,5 haben wir 50 brauchen wir die punkte haben auch schon wieder sehr gut warum sind noch zwei events, wir sind gespannt was da gleich kommt wie so ein gebietsboss, den ich nicht hinkrieg war sehr gut, auch ne quest für dich boah ist der langsam mit dem schwerden an um die geschwindigkeit ja 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 hehehe sie machen jetzt nur alle mehr damage das ist nicht schon wieder auf dem kämpfen eine andere Gruppe Ruhe los, die Soldaten! Oh nein, das habe ich auch noch Nee, will ich nicht. Skelette mit einem Katana besiegen Ja, ich bin so nicht mehr der schnellste, merke ich gerade. Oh, Reinigungs-Kristall, auch nicht geil Na, mal suchen wir es mal. Ich gehe damit ein bisschen schneller, naja, etwas Ah, du bist du sauer Den brauche ich denn noch, sieben Stück noch Aua, warum immer ich? Okay, mit dem Katana keinen Rückwärts, also Oh, wow Oh, wow Das Katana ist wirklich langsam. Ich werde jetzt schnelle Waffen bekommen, ich muss mich da erstmal umgewöhnen. Aber geschafft. Ach, Stahlglanz, sehr gut. Ah, ha, ha, ha. Sechs Treffer. Mobblutung. Was haben wir hier? Angriffen, Flächenschaden, Mobblutung. Freutreffer, sportige Schadensreflexion, 50%. Vielleicht kann ich direkt beide nehmen. Äh, sechs Treffer. Ah, Skills wieder. Drei Treffer, ein Treffer, sechs Treffer. Das ist gut. Manche Position mit der Kamera sind echt übel. Gäste, ja. Ah, ja, ja, ja. Oh, ho, ho, ho. Ja, das ist gut. Und jetzt, wie er sie hat. Jetzt, bitte geh mal. Ha, ha, ha. Ha, ha. Oh, ha, ha, ha. Wie er schwer zu kämpfen. Okay, der sitzt gut. Der sitzt gut, wenn der mit der damage macht, dann höre ich dich. Ja, da. Mal da drankommen hier. Viralkern. Hm, was schön, wenn die blau wäre, ne? Ein paar Werte jetzt. Naja, man kann nicht alles haben. Mal erwischt. Oh, das ist geil. Oh, das ist geil. Oh, das ist geil. Oh, das ist gut. Jetzt sind wir denn schon bei Liefer. Ah, guck mal, wir haben schon 4 erreicht. Das geht, Mann. Erstmal alles so auf 5 bringen. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Gut. Ah. 100 gibt's schon wieder den Ding. 150. Oder 50, okay. Ah, verdammt. Na ja, gut. Danke, wir sind noch ein paar Skinpunkte. Nein, da versperrt uns eine Statuette den Weg. Nur für jeden Fall. 105. 105. 1. Deine Trailer. 2. 1. Ja, die cola. 1. Das ist gut. 1. Ja super, total erbisch. Ich glaube, wir haben den Katan auch schon. naja wir sind hier durchgebrochen ach die karte eigentlich jetzt will ich schon halten so wir wollen erstmal gen süden als da lang geht brauchen wir uns natürlich richtung hauptziebe gehen versuchen wir alles abzugrasen zu grasen so 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 so